Hi Leute, ganz herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich heute schon mein zweites Video rausbringe, weil es mir einfach echt, wie gesagt, Spaß gemacht hat, das Video zu drehen, das erste. Und weil heute so wunderschönes Wetter draußen ist, sag ich jetzt mal, weil hier seht ihr ja, es liegt überall Schnee und es schneit. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich heute mal einen Vlog mache und zwar bin ich gerade auf dem Weg zum Osee, weil ich eigentlich noch nie wirklich den Osee mit Schnee gesehen habe. Ich stehe jetzt hier direkt vor dem verschneiten Osee und es ist einfach, wir sind gerade echt beeindruckt von dieser Landschaft gerade, von dieser wundervollen Winterlandschaft. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, ich würde mich auch wieder freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Und ja, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Vorschläge hättet oder so, was ich noch so für Videos machen könnte, weil ja, kann ja sein, dass ihr da gute Ideen hättet. Und ja, dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video. Das wahrscheinlich nächste Woche kommt, ich weiß es auch noch nicht. Also bis dahin. Tschüss. Tschüss.